hallöchen lieben da draußen ja ich habe die freude und ehre mit euch zusammen ein ganz bestimmtes und ja sehr spannendes projekt verfolgen zu dürfen und zwar zusammen mit der wirtschaftswerkstatt.de darf ich euch ein ganz spezielles projekt vorstellen und was das ganze ist das werde ich euch jetzt gleich zeigen ich spanne euch nicht lange auf die folter und zwar geht es um die minecraft challenge 2017 ja die wirtschaftswerkstatt hat das ganze auch letztes jahr schon gemacht und jetzt geht es auch dieses jahr wieder los das ganze ist auch schon gestartet am 7 august also vor drei tagen bereits und ich werde euch so mit ein bis zwei videos ungefähr die woche bis zum ende das ist dann am 16 september zeigen was denn da so genau passiert so jetzt werdet ihr euch aber natürlich fragen minecraft challenge wirtschaftswerkstatt was genau ist das denn und das schauen wir uns jetzt mal an ja am einfachsten geht es natürlich indem wir uns hier anschauen was denn auf der homepage steht und hier sind die wichtigsten informationen und für mich ist das ganze auch sehr neu ich bin sehr gespannt wie das für mich werden wird dieses projekt zu verfolgen die leute die meinen kanal kennen die wissen ich bin nicht unbedingt die 100 prozent hellste leuchte was minecraft angeht aber ich habe doch schon sehr sehr viele spielstunden und dementsprechend werden wir das mal zusammen anschauen und ja ihr könnt ja gerne mal in die kommentare schreiben was haltet ihr denn davon und was findet ihr am besten und wie gefällt euch wie das ganze sich entwickelt also wir lesen uns das am besten einfach erst mal durch die minecraft challenge 2017 wirtschaften mit begrenzten ressourcen das ist auch das thema unter dem die challenge dieses jahr läuft die minecraft challenge 2017 geht los wir suchen die nachhaltigsten minecraft start ups in deutschland gut da geht es halt jetzt primär darum dass die leute sich bewerben konnten aber die bewerbungsphase ist natürlich vorbei und es geht darum dass man sich hat einen von 20 plätzen sichern konnte und es gibt natürlich auch was zu gewinnen die leute die da jetzt daran teilnehmen haben die möglichkeit gutscheine im gesamtwert von 750 euro zu gewinnen okay so weit so gut uns interessiert natürlich um was geht es eigentlich und das her steht auch schon so schön ziel der diesjährigen challenge ist es einen nachhaltigen wirtschaftskreislauf zu entwickeln mit dem du einen ordentlichen gewinn erzielt dabei kommt es auf originalität nachvollziehbarkeit und zusammenarbeit an dazu muss jeder spieler mit der gleichen begrenzten mengen rohstoffen arbeiten sind diese erschöpft ist kreativität gefragt denn nur nachwachsende ressourcen zum beispiel holz gibt es in der offenen welt klassische fossile rohstoffe wie erze edelsteine und co sind knapp bis das ganze auch erklärt worden wir sehen das jetzt auch gleich dann auf dem server jeder teilnehmer hat ein begrenztes gebiet in dem auch nur er was machen kann in den gebieten der anderen können die natürlich nichts machen ist klar und das sind auch nur begrenzte ressourcen also können schon nach unten gehen und können da ein bisschen sich durch die gegend meinen innerhalb ihres gebiets aber jeder hat in etwa was heißt nicht in etwa jeder hat die gleichen ressourcen also das sind halt ganze menge x an diamanten vermutlich so ist mir das zumindest erklärt worden und man kann zwar schon in die pampa rennen und da sich ressourcen holen aber da werden sie keine eisen oder sowas finden und das finde ich ganz spannend denn es geht eben darum wie arbeitet man wenn man begrenzte ressourcen hat wie macht man das ganze und wir werden so quasi jetzt dieses projekt verfolgen und werden schauen wie gehen die spieler denn damit um was machen die mit diesen begrenzten ressourcen was ist die idee und ja ich bin schon sehr gespannt was da alles passiert hier unten ist auch noch mal eine kleine eine kleine grafik dazu was ein wirtschaftskreislauf ist und so weiter und so fort ich werde euch auf alle fälle den link in die video beschreibung packen wenn euch das ganze noch in ruhe durchlesen möchtet dann findet ihr das da unten so wir gehen jetzt mal mehr spieler und gehen mal auf den server denn wir wollen natürlich auch sehen was passiert denn da so da sind wir auch schon willkommen und das ist das ganze gebiet jetzt muss man ganz kurz gucken game mode 1 sehr schön so dann können wir uns nämlich das gleich mal von oben anschauen damit ihr also schon mal einen überblick bekommt wie das ganze hier jetzt aussieht hier ist eben mit dem word generator ein festes gebiet ausgeschnitten worden das sieht man auch sehr schön an den kanten da hinten kommt mir irgendwie bekannt vor ist eben dieses gebiet ausgeschnitten worden und hier sind die verschiedenen bauplätze der verschiedenen teilnehmer sind paar mehr als 20 ihr habt die zahl schon wieder vergessen aber ihr wisst der professionalität ich und zahlen merken das ist so eine sache und wir sehen schon es hat sich noch nicht überall was getan aber bei ein paar der grundstücken ist durchaus schon was passiert und bevor wir uns genau anschauen was denn da alles gemacht wurde gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen in die ferne und dann können wir nämlich hier schon feststellen aber wir sehen schon hier ganz normal bäume und so weiter und so fort klar natürlich stein und co ist auch alles da mobs sind auch da das ist immer gut deswegen ist es glaube ich ganz gut dass ich ein creative bin ich möchte nämlich natürlich nichts kaputt machen und da muss ich natürlich aufpassen ich werde meine finger sehr weit weg halten von den maustasten weil ich habe echt die angst was kaputt zu machen aber das da können wir uns ja rein theoretisch dann behelfen ich kann dann ja auch in den spectator mode gehen was wir auch machen werden denn wir wollen ja mal gucken was ist denn unterirdisch so passiert und wie gesagt so ein bis zwei videos die woche werden wir hier auf den server verbringen werden uns das ganze anschauen und werden gucken was sich hier so entwickelt ich bin davon der fälle sehr gespannt für mich ist es auch was sehr ja es ist was spannendes für mich für mich ist das wirklich total neu und ich habe ja auch telefoniert mit den leuten davon ich kann mir keine namen merken verdammt entschuldigung wenn du das hier siehst ich habe deinen namen vergessen und habe da ja auch meine bedenken geäußert weil man bedenken waren halt so ja was ist jetzt wenn die da irgendwas mit redstone bauen und ich habe gar keinen plan was das ist und ich will das ja nicht total stumpf darüber bringen aber man hat mich ermutigt dass ich das schon schaffe und wer weiß vielleicht werden wir ja auch den ein oder anderen von den leuten die hier an dem projekt beteiligt sind mal mit in ein video dazu bringen damit die sich damit die zum beispiel ein bauprojekt auch mal vorstellen muss mal gucken ob wir da jemanden dazu bekommen so ja das hier ist halt einfach so ein kleiner mittelpunkt das ist jetzt hier nichts irgendwie weltbewegendes das ist halt einfach ja die mitte von daher ist das jetzt nicht ganz so wichtig und jetzt schauen wir mal wie machen wir das mit ich würde sagen wir schauen uns erst die vier grundstück gerne wenn ich das richtig gesehen habe ja platt 24 okay das ist uns glaube ich 24 plätze mal gucken was haben wir hier also bei denen vier inneren grundstücken hat sich noch gar nichts getan 23 jahre werden es 24 plätze sein wahrscheinlich ich könnte es auch noch mal zählen ich könnte es auch einfach ausrechnen aber das wäre zu einfach das wäre zu einfach 22 und dann wird das die 21 sein und 20 um drumherum okay dann sind es also entweder noch 24 geworden oder diese vier plätze sind dann noch für irgendwas anderes wer weiß muss ich mich mal erkundigen muss ich mal nachfragen okay ich werde versuchen das ganze natürlich nicht zu kurz zu machen aber auch nicht so lange soll halt alles so ein kleiner grober überblick sein aber zu lange jedes mal natürlich auch nicht das ist natürlich auch klar okay schauen wir einfach mal beim ersten grundstück namen weiß ich gar nicht haben wir dann haben wir namen an den grundstücken von den personen die das gebaut haben sondern mal schauen bin im urlaub regierungsbezirk fab nation danger keep out okay er ist im urlaub plot 15 hat man nicht bei 1 anfangen sein egal ist hätten wir nicht also ist mir natürlich frei freigestellt wo ich anfange aber ist natürlich lustig okay dann gucken wir mal was haben wir hier jede menge zuckerrohr okay auf alle fälle schon mal eine zuckerrohr form was haben wir hier hier haben wir eine weizen form vermute mal vom aufbau her wird es eine automatisierte weizen form sein denn hier ist wasser jede menge wasser das hier werden vermutlich piston sein ja hier haben wir redstone okay wir haben also schon mal eine automatisierte weizen form und wir haben eine zuckerrohr form die aber glaube ich nicht automatisiert ist okay auf alle fälle schon einiges entstanden schweinchen haben wir da da ist nichts drin ich kann hier natürlich rein normalerweise andere die anderen spieler können hier natürlich nicht rein aber da ich ja hier die rechte auf dem server habe kann ich mir das alles anschauen manchmal fließt die mob farm weg der server leckt dadurch okay okay da scheint es eine mob farm zu geben oder gegeben zu haben und dadurch hat der server geleckt okay ja das ist natürlich ein bisschen ärgerlich aber da werden die sich dann sicherlich schon gut rumgekümmert haben wir machen das jetzt mal ganz anders game mode 4 ist das der richtige nee verdammt game mode 3 entschuldigung jetzt so perfekt okay das ist mir ehrlich gesagt gerade ein bisschen lieber weil ich möchte hier nichts kaputt machen ich möchte ja nicht dass irgendwas deswegen schauen wir uns das lieber so an da habe ich ein bisschen angst davor dass auf einmal irgendwas kaputt geht das wäre nicht so gut so wir haben hier auch noch eine farm jetzt sind karotten okay karotten hier vorne sind das auch karotten oder kartoffeln weiß jetzt nicht ich glaube entweder sind das hier kartoffeln oder karotten die noch nicht fertig sind ich glaube das sind kartoffeln okay also wir haben auf alle fälle hier auf dem grundstück schon mal zwei automatisierte farben und ein äh zuckerrohrgebiet und so wie es scheint eine mob farm die stillgelegt wurde okay gut gab es wohl noch ein bisschen probleme so hier hieß es danger keep out wenn man hier in den modus geht ein bisschen schwierig wir haben ein eier ausgesammelt nee hier okay hier ist schon mal ein hühner und kisten gut mehr hat es mehr glaube ich gibt es hier momentan noch nicht zu sehen okay dann schauen wir mal zum nächsten gebiet wir werden ja wie gesagt jetzt im laufe der zeit immer wieder drauf gehen und dann werden wir mal gucken ob sich da was entwickelt hat was da noch alles dazugekommen ist aber auf alle fälle ressourcen knappheit eine farm zu erstellen macht natürlich durchaus sinn das ist eigentlich im ersten moment das naheliegendste man hat begrenzte ressourcen was macht man um zu überleben man baut sich eine farm ähm jetzt schauen wir mal wir haben game mode 3 und wir haben game mode 1 genau so damit wir uns leichter bewegen können so hier haben wir den platz 12 okay ist auf alle fälle jede menge gekämpft worden wir haben hier alles mögliche mob blut drin wir haben aber auch schon mal so ein bisschen die ersten grundwerkzeuge wie man halt anfängt mit holz und stein und so weiter und so fort ist natürlich aber auch so eine sache ne werden die leute sich zum beispiel eine eisen ein eisenschwert craften um hier zu überleben wenn hier gerade die mobs unterwegs sind oder lassen sie das eher bleiben weil sie wissen ja dass das eisen begrenzt ist das sind sicherlich fragen wie sie sich stellen werden essen erze schauen wir mal was haben wir da oh man sieht schon viel ist es nicht holzsetzlinge mit äh stein, fisch, zuckerrohr fisch macht auch durchaus so da ist sogar einiges an fisch drin macht es denn ja fischen so kann man sie natürlich über wasser halten so hier haben wir schon mal zwei schafe theoretisch zwei kühe das ist jetzt die frage ist die eine kuh ausgebüxt hoffen wir es mal nicht das wäre natürlich sehr ärgerlich wenn ihm die kuh ausgebüxt wäre hier ist auch schon mal zuckerrohr entstanden also zuckerrohr scheint so eine der sachen zu sein die sich die leute gleich mal als erstes mit beschäftigen hühner also die person hier scheint auch schon mal zu schauen sich erst mal die die grundmops zu sichern hier haben wir bäume mammutbäume so mehr okay ich wusste gar nicht dass man die bäume so nebeneinander wachsen lassen kann ja wahrscheinlich mit bauernmehl oder sowas in der art okay auf alle fälle bäume schon mal hat die ja auch sinn weil ressourcen knapp halt bäume kann man halt mit den setzlingen weiter vermehren ne macht sinn hier steht gerade ein skelett vor sich hin hier ist ein knopf es ist nicht angeschrieben was das ist deswegen ich drücke ihn mal nicht das ist das möchte ich nicht da habe ich ein bisschen angst drum aber auch hier okay das wird für die farm hier sein auch hier haben wir eine sogar sehr große sehr 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 große farm auch mit weizen wie gesagt ich glaube das sind die kartoffeln weizen karotten kartoffeln okay ähm dann schauen wir mal ganz kurz in diesen modus und gucken mal ist hier noch irgendwas anderes getan was wir übersehen haben ah okay da ist sich auf alle fälle schon mal unterirdisch durchgegraben worden da will ich aber nicht lang zu lange reinschauen weil da muss ich erst mal gucken ob ich das überhaupt darf weil nicht dass ich da irgendein bestimmtes ärzt erspähe und die person kann sie im vorteil dadurch erschaffen das wäre natürlich nicht so gut deswegen sollte ich da vielleicht ein bisschen sparsam mit diesem modus umgehen ähm gut ich glaube ich lasse den modus jetzt lieber erst weg und frage da vorsicht selber nochmal nach weil das wäre ein bisschen doof wollen wir ja natürlich nicht so was haben wir hier das ist der platz 9 ja hier sie haben wir eh schon gesehen sind zwei plätze wo bis jetzt noch nichts passiert ist ich meine vielleicht ist es irgendwo ein loch hat sich jemand runter gegraben nein okay hier sind auch treppen nach oben gebaut worden damit die leute da auch gleich mal hinkommen und das gebäude sticht einem sofort schon mal hier rein weil das ist also die erste person ähm von den gebieten die wir bis jetzt gesehen haben die gleich auch mal etwas künstlerischer gearbeitet hat wir haben auch hier farmen ähm auch scheinbar automatisierte farmen wie man schon wieder sieht wie sie angelegt sind hier unten sind auch wieder die ganzen pistons und so weiter also auch eine automatisierte farm wo aber gleich mal auf design geachtet wurde das ist schon mal sehr interessant ähm trotz der ressourcenknappheit hier wurde auf design geachtet so was hat jetzt das hier für gründet dass hier hm okay müssen wir mal gucken warum hier mit treppen gearbeitet wurde vielleicht ist das ein design element wer weiß so hier haben wir okay sieht auf alle fälle schon mal sehr interessant aus da ist sich gleich mal da hoch gebaut worden sehr gut ah hier sehen wir das innenleben von der farm okay aber hier sehen auf alle fälle das ist das ist eine attrappe ne guckt euch das an von vorne sieht das schon voll so nach gebäude aus und von hinten so das ist nur die kulisse es ist natürlich im aufbau spaß okay okay äh im fachwerkstil äh so eine mischung aus mittelalter und fachwerk ne irgendwie so ich bin kein profi was baustile angeht aber passt zum thema irgendwie ich finde das ist hatten ja damals ja auch sehr begrenzte ressourcen ähm die mussten sich ja auch alles mit der hand erarbeiten auf alle fälle sieht das schon mal sehr sehr vielversprechend sehr sehr schön aus hier entsteht auch eine farm wobei ja doch das ist auch eine automatische farm die ist aber mal ein bisschen anders aufgebaut da bin ich mal gespannt was genau das wird ist vielleicht noch im anfangsstadium wir sehen also hier auch sind schon mal ein paar bäume aufgestellt ähm die erste truhe hier da haben wir auch ein bisschen was drin oh der hatte 53 eisenbahnen da hat er ein bisschen mehr gehabt und hier geht es eben nach unten ist aber zu hier geht es nach unten da wird sich wahrscheinlich durch gemeint worden sein wie gesagt die haben alle die gleichen ressourcen also da gibt es halt dann menge x an kohle oder menge x an eisen die frage die sich mir stellt wenn da menge x an kohle ist wie das da mit der drop chance ist weil du hast ja gewisse chancen dass da gewisse menge an kohle rauskommt das wäre doch interessant zu wissen so hier haben wir shop das ist schon mal interessant willkommen hier findest du die heutigen premium angebote ah das glaube ich hatten die mir ja auch erzählt ähm da dass sie auch einen shop haben wo sie sich Sachen kaufen können da sind Eier drin Cola drin da bin ich mir jetzt da bin ich mir jetzt unsicher ist das jetzt von dem Spieler oder ist das jetzt von dem Projekt original Akazia wo ziehe Fußboden normales Birkenholz da muss ich mich nochmal kundigen ist das auch ein Bauprojekt doch das müsste auch ein Bauprojekt sein der baut einen Shop das ist interessant ob der das verkauft oder das das ist interessant also da da muss ich da da bin ich mal gespannt ob ich da ein paar Informationen drüber kriege ob der das selber gebaut hat aber warte mal Shady ach das ist die Person ah ok stand das nicht auch über über der Truhe stand das nicht auch über der Truhe das ist doch glaube ich die Person ist glaube ich sogar die Person von dem Shop erst mal einen guten Abend reinschreiben so das ist sein Shop ok ja sehr schön willkommen im Farbenshop fehlt was PM an Shady ach guck mal hier sind verschiedene Farben ja sehr schön ja nice aha er sammelt auf alle Fälle schon mal Farben hier haben wir schon mal ein paar Rohstoffe wie wir schon gesehen haben wie Glas Pfeile Bones Seeds Weed und so weiter Kohle also alles Dinge die sie vermutlich ein bisschen einfacher bekommen werden als halt wie zum Beispiel das Eisen mit Eisen sieht es schwieriger aus aber ist schon mal gut da hat sie auf alle Fälle Gedanken gemacht was genau wird man denn so bekommen ähm ähm bin bin gerade auf meiner ersten richtig soll schreiben das hat mir schon Vorstellungsrunde so ok ähm dann haben wir hier ok Schafe ja da bin ich gespannt was da noch kommt also einen Shop aufzubauen ist auf alle Fälle sehr interessant das ist sehr interessant ähm bis jetzt kann man ja noch nicht sehen wo er die ganzen Sachen herbezieht da bin ich mal gespannt was da noch alles passiert ähm weil er muss ja die Sachen auch irgendwo herbekommen ob man das auch sehen wird oder ob man nur diesen Shop sehen wird so hier baut sich auf alle Fälle jemand durch ok äh gibt's nicht so viel zu sehen so alles klar viel Erfolg sehr schön da gibt's bis jetzt noch nicht viel zu sehen ok das ist noch im Anfangsstadium jetzt haben wir uns ja lange aufgehalten bei manchen Gebieten aber man muss auch ein bisschen kürzer halten hier sonst dauert das ja immer 10 Jahre aber gerade beim ersten Mal hier durch darf das schon ein bisschen ja jetzt gucken wir mal was ist das wo geht's da hin beim ersten Mal darf das gleich mal ein bisschen anders sein hier sehen wir schon die Abgrenzungen hier können sie nicht durch warum ist das hier genau gerade aus das ist interessant das weil das hier halt wirklich nichts ist ne das ist interessant ist das bei allen so hm weiß es nicht ok wurde sich auf alle Fälle runtergegraben aber wie kam der wieder hoch hm gute Frage zwei Schafe schon mal eingesperrt ist natürlich die einfachste Möglichkeit ein Loch einfach reinschubsen fertig aus hier wird werden Bäume angebaut interessant dass die auf einem Erdblock sind er hat den Erdblock einfach auf den Sand gepackt und noch nichts umgeschippt hier haben wir auf alle Fälle schon mal eine unendliche Wasserquelle ok hier sind dann auch die ersten Leitern äh geh runter da ja das ist hallo kreativ kreativ der will nicht ok so ok hier haben wir auf alle Fälle Weizenfarben Moment jetzt müssen wir mal nochmal kurz schauen dass wir da reinkommen irgendwie hakelt es hier ein bisschen na hat gerade Probleme hier runter zu kommen also kreativ scheint ein Problem mit Leitern zu haben merke ich gerade zumindest wenn man fliegt so ich hätte natürlich auch einfach gleich doppelt Leertaste drücken können ok gut dann hier haben wir ok das ist interessant was wird das sieht auf alle Fälle interessant aus ich weiß nicht was das ist aber es ist interessant vielleicht ist das eine andere Art der automatischen Farm ok hier ist auch noch nichts ah hier ist hier ist jede Menge Zuckerrohr das ist interessant hat da jemand außerhalb seines Gebietes Zuckerrohr angebaut geht das oder ist das von den Serverleuten gebaut worden da muss ich mir mal erkundigen hier haben wir die ersten Truhen Minecraft Musik tüdelt auch so schön vor sich hin ui da ist aber viel ausgehöhlt worden da hat sich jemand richtig viel Platz gemacht da ist richtig viel Platz dann auch hier jede Menge Fackeln damit ja nichts passieren kann ok der wird wahrscheinlich sehr viel Platz brauchen da bin ich schon mal gespannt was hier entsteht wenn er so viel Platz braucht hier geht es wahrscheinlich dann zum meinen runter ich denke da müssen wir jetzt nicht nachgucken da geht es nur ums meinen ok ja da bin ich mal gespannt warum da so viel Platz hier unten geschaffen wurde weil wir haben ja schon gesehen Steuerung ist immer so eine Sache wir haben schon gesehen hier ist hier oben einiges passiert das ist jetzt das erste Mal dass wir hier ähm Kürbelse sehen und natürlich auch jede Menge an an Karotten Kartoffeln und Co und der Minecraft Ton ist gerade ein bisschen laut ich glaube den drehen wir mal noch ein bisschen runter nochmal so ist besser ok das sieht auf alle Fälle schon sehr interessant aus ich glaube da steckt auch ein System dahinter mal schauen was da noch kommt hier haben wir nix hier haben wir auch nix so wir hätten natürlich die Person jetzt auch fragen können ob sie uns was über das Projekt erzählen möchte aber da wir ja jetzt auf der ersten Vorstellungsrunde sind wäre das glaube ich ein bisschen zu viel für die erste Folge wir sind ja jetzt schon bei 22 Minuten ok ähm hier wird einfach nur gemeint ich denke da brauchen wir jetzt auch nie weiter runter schauen das ist also alles noch Anfangsstadium hier entsteht auf alle Fälle schon mal Glas ok also sie können scheinbar auf dem Bereich drauf noch bauen ok ok irgendwas Glas der hat hier Wasser herumgezogen das ist auch sehr interessant aber immer in so speziellen Abschnitten was wird das wohl für einen Grund gehabt haben könnt ihr euch vorstellen warum das gebaut wird schreibt es in die Kommentare wenn ihr eine Idee habt ok das hier sieht auf alle Fälle schon ein bisschen burgenähnlich aus mit Zinnen hier ist ein kleines Feld aber auch das hier ist glaube ich noch sehr sehr im Anfangsstadium das ist ein kleines Häuschen mit den wichtigsten Sachen wahrscheinlich wo die ersten Sachen vom Abbauen und so weiter und so fort so hier haben wir ok ok hier haben wir irgendwas wissen wir noch nicht was das ist also wird spannend was das ist Felder die ersten die ersten Sachen die angebaut werden auch da sind Kürbisse und ähm das erste Gebäudeartige und äh hier wird sich scheinbar sehr weit nach oben gebaut was wird denn das hier oben da wird in die Höhe gebaut ähm hier ist auch ein Feld oben warum auch immer hier ein Feld oben ist das ist ja interessant das kann jetzt als Ausblicksturm gewesen sein und dann zum Feld umgebaut es wird spannend was das wird auf alle Fälle schon mal sehr hoch hinaus gebaut so und dann haben wir ja eh schon äh das das letzte Grundstück für heute das wir uns hier anschauen und hier war ein Neterportal ah ok die Schafe sind auch erst vor kurzem geschoren worden vielleicht ist es aber auch so dass der Server sobald die Person runter geht erstmal still steht dass die Server nicht einfach so weiter laufen die Person ähm weil ich war alleine auf dem Server als ich drauf gegangen bin ok hier entsteht auch eine Farm aber wir können auf alle Fälle schon mal zusammenfassen und sagen viele haben relativ schnell angefangen sich erstmal eine ganz normale ähm Farm zu bauen die automatisch Weizen Karotten Kartoffeln und sowas aberntet und ähm was halt da noch heraussticht ist eben der Shop der mal ein bisschen was anderes macht ein zwei Grundstücke die normale Felder haben und sonst haben wir aber bis jetzt noch nicht so viel gesehen ähm ja dann bin mal gespannt was da noch alles dazu kommt das ist für mich jetzt also Tag 1 in Wirklichkeit ist es natürlich Tag 3 ähm und die ersten Ideen sind schon angefangen worden umzusetzen dann werden wir mal gucken also wir werden diese Woche wahrscheinlich ja auf alle Fälle noch ein zweites Video bringen kannst du nicht 100% sagen ob das diese Woche klappt aber nächste Woche gibt es dann auf alle Fälle zwei und dann werden wir das Projekt bis zum 16. verfolgen ähm es wird halt dann immer drauf ankommen also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm feststelle dass nicht viel passiert ist ähm zum Beispiel keine Ahnung ich am Samstag ähm oder am Sonntag nehme ich auf und stelle fest so eigentlich ist noch gar nicht wirklich was passiert in der Zeit dann kommt natürlich keine ähm und so wird es dann auch gegen Ende sein weil gegen Ende werden die Leute wahrscheinlich schon das meiste fertig haben und wenn dann da nicht mehr so viel passiert dann wird es natürlich auch durchaus sein dass da entweder nur noch ganz kurze Videos kommen oder halt ähm nur eines zum Beispiel das kommt immer drauf an wie sich das Ganze auf dem Server entwickelt ja das war es dann also die erste Vorstellungsrunde von der Minecraft Challenge 2017 ich hoffe ihr freut euch drauf das Projekt mit mir zu begleiten und ja sagt nochmal Dankeschön dass ich das machen darf und ja tschüss bis zum nächsten Mal Bye